Ah, Hilfe! Hilfe! Was ist los? Als ich von der Schule nach Hause gelaufen bin und durch den Park, da ist einmal einfach ein rotes Auto in den Fußgängerweg reingefahren. Dabei ist das doch gar kein Autoweg, oder? Da steht nämlich nur Fußgänger- und Fahrrad drauf. Ja, eigentlich ist das nur Fußgänger- und Fahrradweg. Das müssen wir der Polizei melden. Wie alt bist du denn und wie heißt du denn? Ich bin sieben und heiße Amelie. Max! Moritz! Geht ihr mal schnell zur Polizei? Ja! Polizei! Polizei! Kommen Sie schnell! Was ist denn los, Kinder? Vorher an der Kreuzung ist ein Auto in den Fußgängerweg gefahren. Kommen Sie dorthin! Auf der Kreuzung ist ein Auto in den Fußgängerweg gefahren. Stopp! Ist gut! Feuergang zum Glück schnell auf. Darum fahren Sie hier in einen Fußgängerweg. Hey, ich habe eine neue Brille. Also eine neue, die habe ich vor vier Jahren neu gekriegt. Ist doch sehr wertvoll, oder? Es gibt Typen! Wir würden uns so freuen, wenn Sie uns abonnieren. Wenn wir zehn Abonnenten mindestens schaffen, dann machen wir eine kleine Feier. Also, wir können nicht einfach aber, was wirии개를 macht. Heute werden wir nach Merk wiederatmen in den Fußgängerwegfen. Vielen Dank.